Hallo. So ein. Und Willkommen wieder zurück zu Wer lacht der Luftschlange? Alter, was kommt da für ein Druck raus? Alter, das macht so, oh oh, kriegen wir vielleicht ein Schuss in den Ofen. Das ist auch so schleimig, aber im Prinzip. Nicht essen, Leute, nicht essen. Meine Damen und Herren, wir sind bewaffnet. Wir werden heute eine nice Reaction machen. Warte, warum hast du zwei? Geh nur auf Nummer sicher. Das kriegt man nicht. Alter, da kommt Wasser raus. Bei dir kommt Wasser raus, du Arsch. Hör auf. Ey, die ist ja weiß. Nice. Oh, okay. Gut, es geht nicht mal los. Es heißt, wer lacht der Luftschlange? Und wir legen los. Let's go. Da ist einfach ein Mann mit Kleid und so einem Segway-Scooter. Alter, da war ich mal. Da war es echt. Da ist jemand einfach auf so einem Konzert gewesen, so einem Nintendo DS. Hör auf, du darfst nicht lachen. Ach, stimmt. Warum bist du denn da einmal mit drin? Was hast du damit zu tun? Hör auf, wer lacht der Luftschlange? Ist nur dann, wenn jemand gelacht hat. Nicht lachen, okay? Machen wir das. Was sind das für Geräusche? Ich mein, was sind das für Geräusche? Hä? Warte, da ist so ein Drucker. Oh ja, warte, warte, warte. Ah, der spielt dann Tic-Tac-Toe? X, Kreis, X. Boah, was, Alter? Das kann man einfach machen? Ah! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott. Ja, also das ist sogar passend zu meinem T-Shirt. Alter, das Zeug ist so widerlich, Mann. Du bist komplett ... Hast du Wechselklamotten dabei? Verdammt. Aber jetzt einfach nur nicht mehr lachen, da gibt's keine Probleme mehr. Jaaa! Keine Probleme! Boah, Junge, guck dir mal diesen Sifft da an. Uuuuh! Kann ich ein Tuch haben? Nein, wir ziehen das jetzt hier so durch. Wait! Oh! Alter, du hast mich voller ... Wow! Yo, Fred, abgegangen! Was ist das? A cold can of? Was macht der da? Niemals! Was im Ehrenmann! Juge! Was hat der nebengeklaut? Hast du dieses ganze Zeug da? Da, Alter, mein Arm! Yo, was? Wie schnell ist der gelaufen? Ey, das läuft bei mir überall runter. Alter, du hast ja gar nichts abgekriegt, du hast nur hier so einen grünen Punkt, guck mich mal anschauen wieder. Er sieht so aus, als ob er gelacht hat. Ja, mach jetzt weiter, das Ding. Guck, so siehst du aus. Hä? What kind of angle is this? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jawoll! Das ist voll kalt! Das ist voll kalt! Hä, das ist jetzt einfach nur noch auf einer Stelle. Als ob das so lange da herufen! Hä, ist das einfach so angedreht worden? Ja, ich glaub schon. Ich weiß nicht, was da dran witzig ist. Oh nein, das ist ein Minecraft-Memes! Okay. Nein, ich kann bei Minecraft-Memes nicht, das ist so schlimm! Ich hab schon... Ah! 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 Look down, look down! Das ist schwer, sehr, sehr schwer. Es ist schwierig. Hat man Katzen-Sushi... Mhhh... Das ist einfach nur... Das ist einfach nur... Das ist einfach nur... Das ist einfach nur... Ich hab auch... Ich hab auch... Ey, Junge, ich seh's jetzt! Oh mein Gott! Alter, das ist zu heavy! Nein! Oh mein Sohn! Nein! Mein Sohn! Mein Sohn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist ein dummer Arzt, Mann! Ich wollte das nicht! Das ist zum Tuch! Alter! Ich krieg das nicht mehr von seinem Auge ab! Guck mal! Rein gefressen! Das Video ist nicht mal zur Hälfte, Mann! Ich mach dich jetzt fertig! Ich bin gewaffnet, Mann! Ist das ein Handy? Das ist ein Handy, was die ganze Zeit hoch und runter im Bild springt, ja! Okay, so ein klassisches Hunde-Video mit Kopf, das krieg ich hin! Alles entspannt! Wie schmeckt das? Unergelegt! Du lachst! Alter, war auf dem Teufel! Ich hab's im Ohr! Ich hab's im Ohr! Achso, aber den! Das knistert! Ey, das sind Minecraft-Memes! Die Minecraft-Memes musst du dir angucken! Okay! Jetzt egal ob kichern, grinsen, gucken, oh nein! Wir dürfen auch nicht mehr oh nein sagen! Doch, Junge! Es gibt kein oh nein mehr! Drei, zwei, eins! Was macht der denn da? Was ist das lange? Dort oben ist eine Kiste! Hm! Der! Der hat aber nichts gemacht! Das war einfach nur für... Warte, nein! Der Double Show! Das ist so kalt! Das Zeug ist voll kalt! Das ist auf jeden Fall! Ein nices Video! Ich möchte jetzt richtig... Zauberei sehen! Komm! Jetzt! Komm! Jetzt! Richtige Zauberei! Ja, das war gerade echt Zauberei! Okay, alles entspannt! Warum bin ich die ganze Zeit da als Dings? Der hat seine Oma abgeschossen mit seiner Software! Das ist doch lustig, oder? Oh mein Gott! Oh nein! Das ist auch so dumm! Mann, das ganze iPad ist schon voll! Na, Mann! Wenn wir 50.000 Likes schaffen, werde ich Lars komplett wie ein Kokon in Luft schlagen! Ja! Oh! Das ist so ein schlimmes Video! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das bist du, wenn du VR spielst. Das ist der Skifahrer-Simulator? Jogi, wieder aufgehen! Der hat sogar den Mund aufgemacht. Du darfst doch keine Reaktionen zeigen. Stimmt, keine Reaktionen zeigen. Nein, nein, ich will nicht. Ich habe auch gelackt. Der Typ mit der Karte hat uns bekommen. Aber jetzt kriegt mich keiner mehr. Das habe ich auch schon mal damals gemacht, als ich ein bisschen jünger war. Soll ich das? Irgendwie haben die da die ganze Zeit in den Baum. Oh, was? Das ist die Jenga-Meisterschaft. Okay, ja, das passiert immer. Nein. Nein. Als ob. Dieser Sound-Effekt kommt. Fertig stark. Das wäre mein Bad. Das wäre... Oh, was? Au. Süß. Okay. Okay. Das ist einfach eine... Katzenvideos ziehen halt. Katzenvideos immer gefährlich. Aber manchmal auch wack. Boah! Oh! Hey, darf ich kurz was sagen? Guck dir mal diesen kleinen Chiba Inu an mit seinem kleinen Bauarbeiterhelm. Findest du das nicht lustig? Nein, ich sage es nicht. Un-lustig. Guck dir das an. Na, guck mir halt an euch. Sicherheit geht vor. Ist doch zum Lachen, oder? Sogar der Hund hat das verstanden. Oha! Einfach gefangen. Nicht schlecht. Der denkt halt, der Spider-Man. So fahre ich auch immer Roller, wenn ich in Taipei bin. Das fandest du jetzt... Oh nein! Was geht's? Winzig. Sondern gar nichts. Oh! Als ob die auf dem Po gelandet ist. Autsch. Aber das ist hawaiianisches Wasser gewesen. Ja, gell? Das sind Russen. Oh! Als das Eis so weiter in die Kästchen geht. Mann, warum? Ich will machen schnell. Okay. Dann bin ich auf den Mund. Ah! Lars, Alter. Ich glaube, Lars hat eine energische Reaktion auf das Zeug, Mann. Du hast da so einen Ausschlag. Alter, stimmt. Dicker, Lars bekommt Ausschlag von dem Zeug. Oh, Leute! Wer lacht, der bekommt einen Ausschlag. Okay, also Lars darf keine Sprühschlagen mehr abbekommen. Wir kommen nur noch aufs T-Shirt. Weil wir gemerkt haben, dass... Zeig, das war... Ihr, der Ellbogen zum Beispiel, der hat eine allergische Reaktion drauf bekommen. Ich dagegen bin immun gegen solche Schlangenattacken. Das heißt also, das nächste Mal, wenn ich lachen sollte, nehme ich die ganze Dosis Schlangen-Gift. Und natürlich immer vorsichtig sein, Leute. Vielleicht erst mal vorher gucken. Nicht so wie wir. Lars wollte es am Anfang sogar essen. Ich möchte auch nichts zusagen. Okay, es geht weiter. 3, 1, 1, go! Okay. Von deiner Katze gefressen? Das kenn ich aber schon. Ja, der, der macht so nix. Woah! Was?! Das ist einfach der Schoko-Drink-Champion. Ist das hier was? Ja, der hat's noch nicht gecheckt. Der hat's noch nicht gecheckt. Der hat's noch nicht gecheckt. Oh. Woah! Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting, yeah. Oh! I'm dead. I'm watching. Look at you. Fuck you. I'm dead, yeah. I'm up. I can run faster than a- Ich muss nur noch 28 Sekunden überleben. Was macht dieser? Ich kann nicht. Ich musste, Lara. Aber du hast Allergieschutz. Ja. Hä? Allergieschutz! Oh nein! Ich komme nicht durch seine undurchdringliche Power. Dieser Mann braucht eine Hyposensibilisierung. Hyposensibilisierung. Schließen Sie einen Vertrag noch heute ab. Haha! Letzter Clip. Was? Was war das? Aber ich würde sagen, du hast das letzte Mal gelacht. Alter! Ja, okay, ist leer. Oh! Schaut unter shop.arizool.de vorbei. Da gibt's den hier. Und Arizool auch. Tja, schaut auch bei dem vorbei. Den haben wir wieder sauber bekommen. Wer lacht der Hautverletzung? No. 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 Vielen Dank.